Herzlich Willkommen bei der BMW Group. Hier, meine Damen und Herren, ist die Weltpremiere des BMW 2er Active Tourer. Der BMW i8 ist das erste Serienfahrzeug der Welt mit Laserlicht. Stellen Sie sich vor, Sie können auf der Landstraße statt 300 Meter künftig bis zu 600 Meter weit sehen. BMW steht für Freude am Fahren und das wird immer so bleiben. Das ist das erste Serienfahrzeug. Das ist das erste Serienfahrzeug. Das ist das erste Serienfahrzeug. Das ist das erste Serienfahrzeug.